Schummi-Di-Schum, Schum, 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 Schummi-Di-Schum, äh, ja. Schummi-Di-Schum, Schum, 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 Schummi-Di-Schum, ich bin das Echo. Du willst mir ein Geschenk geben? Ich hol mir mein Geschenk für dir. Ja, der Frau... Miole-Geschenk, Miole-Geschenk. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Frau, Frau, ich hab ein Geschenk für dich. Dafür trainiere ich dich jetzt. Frau, ja, ja, gib's mir. Ja, du so haben, gib mir denn Schmieröl. Ha, what the fuck. Kack. Nee, das ist doch, ich hatte viel, weil ich jetzt gerade eben Schmieröl auf die... Ja, Schmieröl in der Situation war sehr merkwürdig. Ich weiß, es war beabsichtigt. Dann ist gut. Miole? Ja? Danke für die Silbermünze. Gerne. Die hab ich da hinten gefunden unter so einem Kackehaufen. Die hat so schön geknettet. Warte, ich streichel dich dafür. Warum ist das so? Oh ja, es reichen, uhu. Also, jetzt hoffst du in mir rum, was soll der Scheiß? Brrrrrr. Das sieht aus, als würdest du dein Bein an mir streichen. So wie die Katze. Miau. Miau, 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 miau. Boah, sie werden und 50%? Procent. Nein, bro. Nein, bro. Nein, bro. Brocent. Genau, Kundschaft. Du bist voll der Bro. Okay, hol mal Akku. Brocent. Du bist voll der Bro hier. Alter, hol Akku. Sorry, ich musste aufladen, meine Attacke. Dass du immer so kleinarschig bist, weißt du? So. So. Deiner. Und, warum war ich gerade so langsam? Äh, warte, 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 hat er was? Untot. Untot. Wer ist untot? Ah, ich hab den Würfel schon. Sehr nice. Was jetzt noch? Ähm, warte, ich bring den erstmal zu Taora. Ich tu es schon wieder, wisst ihr das? Ja, ja, ich merk's. Nein, ich level schon wieder jemanden und steh nur doof rum. Find ich gut. Ist das Update des 4.3? Ja, ja, ja. Ich hab ein paar Bugs, aber egal. So. Die ganzen Items empfehle ich mir. Also, eigentlich müssen wir einfach alle fertig machen, die hier sind, so in der Nähe. Die Schleicher? Nee, ne? Warte. Späer und Wächter, Schleicher. Warte mal, ich glaub. Nö, Schleicher waren hier nicht. Dann haben wir hier noch einen Todeskrieger. Brauchst du den? Ja, den brauch ich. Oh, mein Akku? Ja. Wohlschau'n, wohlschau'n, ich seh dich nicht. Ach da. Hier. Das hört sich schon komisch an. Brauchst du einen Todeskrieger? Der liegt hier. Hol den mal. Ich glaub, nehmlich den Waschleicher ziehst du gleich mit. Dann können wir eigentlich nur den. Nee, okay. Hilf mir mal hier. Dann tu ich doch, meine Schleicher. Achtundfünfzig. Bam. Ach, und ein Schwert. Ach, cool. Das geht schön schnell heute. Den Waschleicher noch, oder? Ähm, jetzt brauch ich Späer und Wächter. Von? Susu, oder? Susu, Susu, Späer und Wächter. Sieh, sieh. Äh, wo sind die angezeigt? Auch hier? Warte, ich... Ah, ne, warte, waren die nicht weiter hinten? Doch, die waren weiter hinten, aber ich glaub, hier war... Oh, ne, doch noch alles hinten. Dann bring ich mal kurz das Achondenschwert weg. Alles gut gekommen von ihm. Oh, Chrissi. Der war richtig tief. Der muss tief sein. Ganz tief in der Scheiße drüber. Oh, also das wird es nicht. Hey, was denn? Was sagt immer, man steckt tief in der Scheiße drüber? Ey, da muss ich noch irgendwann Contamestrong Language drauf machen, hier. Wir müssen eine 4Kids-Version machen. Nein, nein, die werden einfach rauszensiert. Na, duke! Biep! Autsch! Autsch! Biep! Autsch! Das müsste man echt als so vor die Verarsche machen, wenn einer irgendwie in einem Film zensiert wird und dann... Ah, fuck! Oh ja, level up! Level up! Habt's gesehen. Ich hab's gesehen. Ah, die andere nicht. Äh, ich kann's auch nicht sehen, weil ich blind bin. Badumts. Okay. Los, äh, ich muss zu Jolk. Skaradjook! Oh, der greift sich der Wasser. Einfach rennen! Einfach rennen! Einfach rennen! Einfach rennen! Einfach auf, Bibi! Jetzt mach ich's schon, wie wir alle sagen, und ich soll weit rausgesumt spielen und ich seh trotzdem nicht alle, die mich angreifen. Was soll denn das? Ja, weil die gerade hinten kamen. Oh! Der war wieder so low, hey. Ich bin tatsächlich dein Echo. Alter, wie lang ist Orain hier schon unterwegs, hey? Der hier mit seinem komischen Wal, wie lang schwebt der hier schon? Ach, manchmal tun sie die Leute nur irgendwo in die Gegend tragen lassen, um cool zu wirsten. Nee! Bibi, warum? Ich grad so, was ist das? Oh. Okay. Es gibt hier echt die Gilde, die gleich zusammen leveln. Du kannst gegen die Lede. Ja, ich... ähm... Schwarz-Klauen-Mau... Nee, die sind nicht hier. Gabaccia nicht. Warte mal, brauche ich die Kundschaftler? Nee. Okay, dann in Susudorf. Okay. Und mich fertig machen lassen. Bobbeklopfen. Bobbesklopfen. 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 Einmal Schwäbisch zum Anfassen mitnehmen. Mann. Schwäbisch zum Anfassen. Oh! Ich kann euch kurz was vorspielen. Ich krieg jetzt... Ich sch... Ich schick meinem Päppchen... Päck... 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 Meine... 60%! Ich schick meinem Päckchenjapsen, weil ich eben keine 40 Euro teuren Lederhosen kaufen kann. Ein jodelndes Maskottchen. Da fuk. Päck... Päck... Also... Päck... 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 Das ist richtig geil, ey. Das ist einfach episch. Das ist so ein bayerischer Bäer, so ein bayerischer Teddy. Sweet. Aber du musst schon sagen, dass nicht alle deutschen Bäerhosen jeden Tag tragen. Das scheint egal ist, dann auch nicht alle japaner Kimonos. Doch. Was? Was tror denn? Dooooch. Aber ich bin doch... Alter, kannst du mir mehr an das traditionelles Tragen aus der Lederhosen... Ähm, ja dieses schwarz... Trag- und ab'n'n'n'n'n'n'n'kommt. Bockwurst. Tragen zum Tragen zum atmen... Ähm, dieses... ähm... Schwarzmaldkleid, was die immer tragen, wo der Hut so einen riesigen Bommel auf dem Kopf hat. Ja... als Junge. Händler. Das gibt's glaub ich auch als männlich. Das ist wurscht. Das kann ich dir sagen. Ich wurscht. Ist Prozentfeuer. 62%! Warte mal. Ich gucke jetzt. Yallah, hiya, yallah, guck guck. Warte mal kurz, ich muss sie jetzt. Müssen wir die nächste Folge einleiten? Okay. Ich jodel mal eine Runde vor und dann verlieren wir gleich alle Zuschauer von den wenigen, die wir schon haben. Jodel, jodel. Jodel, oh Gott. Ich darf dich schlagen, wenn ich dich wieder sehe. Du kannst deinen Jodel. Punkt. Eigentlich wärst du was für eine Folge. Jodel, du. Jodel, was? Jodel, jodel. Jodel, jodel. Jodel, jodel, jodel. Jodel, jodel. Ich sag das drei mal ganz schnell hintereinander. Jodel, jodel. Prisci, ich glaub, welch das ganze Land schicken so gut geht? Na, er ist Pardus. Ach Pardus? Ja, mei. Es isch aber dann, gell, schwein, Mann. Ich lese mir hier grad so, so typisch Schwebenschwabenchen, aufmerksam, schnitzohrig, aber keineswegs hinterfartig. Warte, bin ich tot? Ich hatte grad noch den halben Energiebalken. Du bist tot? Ich hatte grad noch den halben Energiebalken. Warte mal ganz kurz. Hast du... ...dass dich erwecken kannst? Das wäre sehr nice. Ich glaube nicht. Das wäre nichts. Äh, warte, ich hab... ich hab einen Elementarstein der Wiederbelebung. Ja. Ich hab einen Klima. Doch, warte. Da haben wir gerade wieder auseinandergerettet. Ja, ich war alles, sorry. So ein bisschen. Ich schenk ihr so, so, äh, ne schwäbische Tasche, wo da steht, äh, wir kaufet nix, wir sind nur zum Guggerda. Die hab ich beim Talia gesehen, glaub ich. Die ist geil. Das ist echt nice. Oder schenk ihr Schupfrudeln. Es ist immer noch ein Typ. Och. Japaner, kann man doch nicht unterscheiden, ey. Jetzt ist es aber ein bisschen. Nein, nein. Nein. Schien doch alle da die gleiche Schegel. Oh, oh, oh. Scheiße. Ah, oh. Was denn? Was denn? Was denn? Ich hatte die Ange, da hast du was im Auge. Oh, nee. Nee, jetzt ist... Ich hab uns der Zähn aufgesprudelte Limo getrunken. Oh, Schubbrudel während dem Trinken voll mit Kanne in der Nase. Ja, sehr lecker. Jetzt ist sie in die Zeit. Oh, 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 Gott. Nein, oh, 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 Gott. So, ähm. Ja. Das war das letzte Mal, dass ich dich retten kann, ne? Mein Viech ist weg. Also ich hab keinen Elementarstein der Auferstehung mehr. Aha. Wie kann man von einem Jod und einem Teddy in den Ohrbaum kriegen? Ja, das hat so blöd. Ich hab keine Ahnung. So, was rufst du noch an? Warte mal, ich muss hier grad... Mein Magieschild muss ich wieder... Schick ihm eine Kugel vor. Also wieso trifft ich das wie ehemalige Oberweite? Da hat ein Autolock drauf. Das ist pervers. Ich mach jetzt den Schwarzklauen Stürmer hier fertig. Okay, mach mal. Wenn er zu dir kommt, kill ich. Okay. Und... Da... 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 Du... Du... Ja. Finish. Da... Ich mach die bei 69. Haha. Haha. Ja, ich seh's grad unten rechts. Mit diesen Stiften. Nur ein Stift ist verkehrt. Und dann steht Chaos. Schatten Style. Das ist geil. Schick ihm mal. Das ist so... Typisch. Es ist 92. Jetzt kaufen. Auf Amazon. De. Oh, voll die Schleichwerbung. Ja, ja. Nicht unterstützt. Haha. Nur von uns. Hust, 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 hust. Hust, hust, hust. Oh, Mann. Ich bin nur am fre... Meine Attacken müssen grad noch laden. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Tust du das? Wo packst du das hin? Was? 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 Ja, wenn man da... Hast du... Hast du schon die Federquests? Ach, du meinst nicht richtig? Warte, ich such. Nein. Ja. Nee, ich glaub nicht. Ich probier das. Gummugumno-Style. Kleine zwischen den Zähnen. Warte mal, wen muss ich jetzt eigentlich... Das sind keine Zähne mehr. Das ist alles, was du gegessen hast. Ja. Ja. Ach, da geht der ganze Scheiß hin. Hier, wir müssen die Spezialwaren nochmal fertig machen. Ich hab so reinbeißten wie beim Hai. Oh, das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei... Das finde ich nicht gut... Und wieso bin ich schon wieder so nah dran? Du kannst's zählen! Yay! Dankeschön! Ey, apropos zwei. Nein, ich sag es nichts zu können. Warum labert der Mögen die Güter euch beschützen, während wir ihn töten? Ähhhhh... Freak? Deutsch. Deutsch? Was? Ich hab grad den irgendwie als Sprache. Entweder spricht mein Mikro, äh, mein Kopfhörer oder mein Gehirn. Ich glaube ja dein Gehirn. Ja. Oh, das ist kalt. Komm, das kann anders sein. Es kann einfach anderes sein. Ich muss die Totems zerstören. Welche waren sie? Ah ja, okay. Komm mit. Warte, warte. Na, Christi, wie die Tasche heißt. Jute Tasche. Ne, Jute doch. Jute Tasche. Das ist so richtig schön typisch deutsch. Iiiih, Hochschamanen, Hochschamanen, Achtung. Ja, ich seh's. Soll ich's kurz killen? Ich weiß nicht. Ähm, du musst an dem Baum rum, da ist glaub ich ne Spezia... warte mal, ich erinnere, ich... Hier ist ein Stürmer. Wenn du den Stürmer killst, kriegst du das Zemrus totem töten. Ja, aber ich glaub, die Spezialwache greift mich an, wenn ich jetzt noch näher komm, oder? Äh, eigentlich nicht. Du musst einfach mal raus und glitschen. Doch. Doch, ich bin eigentlich grad runtergerutscht, deswegen ging's nicht. Ja, da kann ich nix dafür, das war... Die sind alle irgendwie geil auf dich. Jaja, ich... guck mal meinen Kara an, der ist auch extrem heiß. Ich hatte grad ne Sonnenbrille auf. Okay. Oh, ihr habt eine Stunde gespielt. Die Übung, was ihr genutzten gespielt, kann das normale Alltagsleben gefährden. Äh... Too fast. Achso, das... Ja. Ich find, das verkürzt sich, dass sowas kommt. Ich auch. Das ist irgendwie so, als würden die... die Creators sich da voll die Sorgen machen. Als ob. Ja, natürlich! Oh mein Gott, wir sind so nach dem Motto, wir sind totale Junkies und müssen jede Stunde daran erinnert werden. Ihr spielt zu viel! Naja, ja, genau. Und dann fließe Leiderkot? Ja, nö... Bis die Meldung kommt, dass wir zu potenziellen Killermördern degradieren. Ja und... nå, und das jetzt nicht, wenn man Manga fliegt? Ja, gell... Übersicht mal, wir sind Gamer und wir lesen Mangas, wir sind ja alle völlig gefährdet. Ja, das ist, wir sind potentielle Mörder, also wenn ihr irgendwann mal unsere Stimmen in eurem Schlachtzern hört oder in euren Schränken... Run like fuck, just run like fuck. Oh mein Gott. Alter, egal was ich mach, ich zieh dem immer nur eins ab, das nervt voll. Ich weiß. Das ist der Mann-Würste, was ich für Freunde hab, ey. Alter, die kennen uns. Das ist geil. Ach, das gibt's doch das T-Shirt. Yay, ich hab einen besiegt und Abija, Abija, verpiss dich, Abija, Abija, ich hasse dich. Fuck it. Ja, du rennst einfach durch die durch, welches Level hat die 19? Ich hab nur 16. Ja, wir haben auch Level 19, weil's Level 20. Ach, 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 ach. Ja, weil du dauernd durch Haramel rennst. Verkauf die an Yu-Gi-Oh. Ja, weil ich Haramel liebe. Alter, ich geb auf Ebay dieses Mod von dieser Tasche 1K aus German-Style und dann kommt die auf die Karten. Was kommt da? Yu-Gi-Oh-Karten. Geil. Au, du bist mal kalk唉. Na komisch cool, Boi, Alter da wird's mal reich. Ja, nur Wilde wertvoll sind. Auch Leute sind's auch Kaufen. So. Wur entry, das nächste Totem. Ach, Loosa, ja, ne? Leute, kommt wirklich wieder in die Gruppe einladen, ich bin aus Haramel draußen? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Ja hab ich auch verstanden. Ich bin auch nicht aus Haramel draußen, ne okay- Ne, Haramel hab ich verstanden. Haramel draußen! Ich weiß nicht, woher das so ist. Hier oben, hier oben, hier oben ist, glaube ich, noch eins. Ja, ich glaube, da oben sehe ich eins. 9%! Warte. Ja, geradeaus. Ich sehe es, ich sehe es. Ja, klar, du willst dich durch, wo die Spezialwache, der Stürmer und noch eine Spezialwache drumherum steht. Ja, also ich würde sagen, wir machen die jetzt alle nacheinander systematisch fertig und fangen mit denen hier rechts an. Ja, das ist immer noch. Nee, nee, die Spezialwache brauchst du nicht, ich hole die, die läuft. Ja, ich war schon in der Tage drin und habe sie zu spät abgebrochen. Ich versuche, den zu tüten, der dich gerade angreift. Mich greifen beide an, by the way. Und ich habe jetzt noch einer geholt. Ach, Google, such doch. Einglück hat der Agro auf mich hier drin. Ja, super. Jetzt hat der hier Agro auf mich, was soll der? Weil du ihn angegriffen hast. Ich habe den gar nicht angegriffen, der ist auf mich zugerannt. Ich sehe, das hat es doch mit Büroklammern. Heil dich, ich habe ihn. Ja, ich bin gerade am heilen. Ach so. Einglück bin ich da, gell? Ja, bin gerade echt dankbar. So. Dankeschön. Er ist tot. Du kannst dich jetzt mal im Looten. Oh, natürlich, wenn ich hochkomme, wieder ohne kaputt zu gehen. Okay. Wir haben ja aufgeräumt schon mal ein bisschen. Wer wo? Hier, hier. Ein, zwei, drei, Toto. Ich kann... Das glitsch da oben. Ich habe keine Ahnung, ich glitsch halt. Jetzt. Ich beschlitzte dich. Okay, looten. Ja, hatte ich auch vor jetzt. Ach man, wo? Ich kann die nicht looten. Die sind mir hier zu low level. Finde ich gut. So, als nächstes müssen wir hier die Spezialwache haben. Lauf rechts vor beiden Husten, den ich den Sturmerei. Okay. Okay. Das ist so laborellig. Die Spezialwache. Der Stürmer kommt auch gleich mit. Ich hole mir mal den Stürmer. Und ich hole mir, glaube ich, Akku von beiden. Und du kannst dir den einen holen, der du willst. Was heißt Akku? Aggressiv halt. Ich komme von aggressiv. Ja, schon, aber... Wie kann man sich Akku holen? Ja, der ist aggressiv auf einen. Das sind die, die Präventiv haben. Nein, nein, nein. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Ich dumme das. Ja, du musst leider zurück. Ich habe nicht nochmal so ein Fähig. Ja, ich weiß, Mann. Meine Klerik... Ey. Warte mal, bleib mal da. Ich frage mich, ob ich... So spät. Wenn ich das Totem töte, ob ich dir noch was bringe. Das Totem töte. Ich bin jetzt im Bassfeld. Wunderbar, warte Seelenhal. Das macht jetzt keinen Sinn. Wo bist du mir? Ich bin im Bassfeld. Furzen gehen. Furzen gehen, genau. Okay, dann hole ich mir ganz kurz bei Kik. Wenn du da rumrennst. Was? Ich hole mir ganz schnell bei Kik was. Nein. Seit wann kaufst du bei Kik ein? Wusste ich gar nicht. Ich habe Kekse. Ich geht. Ja, weg. Wenn ich auch Kekse verkaufe, dann ist es vorbei. Ahaha. Da hat sie irgendwie recht. Scheiner Kekse. Ja, genau. So diese schönen trockenen... Trockenen Kekse, die keiner mehr möchte. Oh. Oh. Wah. Kekse liegen dann im Regal und denken sich... Ach. Wäre ich doch nur ein Toastbrot, dann wäre ich jetzt golden und weich. Oh God, Chrissy. What the fuck? Das ist so lustig, dass ich nicht mal lachen kann. Äh, ich übertreffe mich immer selbst mit diesem schlechten Wissen. Nee, der war gut. Was ein guter Witz, dann war es kein schlechter Witz, Chrissy. Was? Chrissy, pfui über dich. So, jetzt kann ich das auch mal sagen. Pfui über dich. Ah, verdammt. Zitat, Faust, eins, Ende. Ich bin schlau. Chrissy, guck dir Link an. Wie so stürmisch. Ah, wie geil. Oh, hier ist gerade ein Yu gespawnt. Wie geil. Ist kein Yu-Ri-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi, wo seid ihr im Gottesdolten, ach, wenn du hinziehst. In Altgard, ich bin gestorben und ich muss mich hier noch an den Obelisk anbinden. Ja, ich komme nicht grad mal entgegen. Ich fahre nicht noch im Bassfeld am Obelisk. Ach, gegen oh vorm Ankündigung. die sich nicht nur bei den in den mit und die sich vertreten Prozent er hat sich die Strecke und die Gipfel und die sich in die Welt gehen die Strecke und nochmals zum Eingang die Erworte ich muss nur noch schnell er hätte ich erst mal Ja, das auch. Nee, ich hab hier noch ein paar... Ah, lecker. Kekse. Ich renn gegen nen Stab. Was weiß ich? Hilfe! Ich will auch Kekse. Kekse. Nutella-Kekse. Oh, geil. Nusspli anstatt Nutella. Wenn Nusspli einfach haselnussiger ist. Okay, dann bin ich kein Nutze. Sollte man sich auf 2013... Ich will jetzt an so einen geilen Salami-Stangen nacken. Oh, ja. Überleg mal. Schön fleischig. Ist hier eine Substanz? Oder am besten noch ne Käsewurst? Das ist was Weißes. Ich hab grad gedacht an diese ekligen Käsewürste. Die sind lecker. Steck, wo rennst du hin? Ich muss hier grad kurz was abchecken. Reiner hat so viel davon gegessen, es wird mir schlecht, wenn ich die esse. Oh Gott, wie süß! Was war das? Ich hab von diesem Chaos-German-Style-Punk-German-Style gefunden. Wo so ein komplett schön frisierter Anzugsfutze da steht, dem eine Strähne absteht. Das war der gleiche Ding. Sorry, wart kurz. Oh, schickst du mir gleich links? Geht ja gar nicht. Jetzt wart halt mal. Mensch! Mensch! Kinder! Geht ja gar nicht. Geht ja nicht wie du am Fischi! Ähm, ich brauch neue Rüstung. Fällt mir grad auf. Die kriegst du nicht da. Wo war das nochmal? Wo? Ah, ich flieg hier rum! Ja, ich seh's! Du fliegst im Haus! Moment! Oha! Ey, die beschreiben uns hier voll als emotionslos! Also, wenn das emotionslos ist, dann ist das... Hysteria! 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 Oh! Ja, so bin ich meistens auch. Aber die Hysteria, das ist einfach nur so. Da hab ich's gar nicht verloren. Zwei Tassen Kaffee! Happy Hour! German Style! Das passt! Das ist gut. Okay. Ich mag die Seite. Hier sind nur Waffen. Aber Punk wär nicht am geilsten. Punk! German Style! Ja! Dann bin ich ja voll der Oberpunk, du! Ah! Ah! Dann lüfte ich die Haare ab! Das ist kein Punk, du wirst ein... Keine Ahnung. Ich bin ein Honk! Und damit beende ich jetzt diesen Part einfach mal mit diesem wunderschönen Wort Honk.